Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit dem neuen Google Home Lautsprecher von Google. Den richten wir jetzt einmal ein und dann probieren wir einfach mal ein paar Dinge aus. In der Verpackung lag auch eine Karte dabei, die gleichzeitig unsere Anleitung ist. Schritt Nummer 1, Stromkabel mit dem Google Home verbinden. Schritt Nummer 2, Netzteil in die Steckdose stecken. Ich glaube, das kriegen wir gerade noch so hin. Ich habe nochmal nachgemessen, hier das Kabel, das sind 2 Meter von der Länge. Das sollte für viele ausreichend sein. Also einmal in den Google rein, einmal in die Steckdose rein. Das Ding beginnt schon auf der Rückseite direkt zu leuchten. Auch oben sehen wir jetzt gerade zwei Punkte, inzwischen sogar vier Punkte. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Gut, sogar in Bunt und Farbe. Das sieht doch mal nett aus. Also das ist schön. Wobei, ich hoffe mal, ihr seht es hier, so richtig hell ist es nicht. Und die Farben sehen auch eher etwas matt aus. Wer sich da jetzt denkt, da kann er jetzt komplette Filme drauf sehen oder tanzende, was auch immer. Nein, das... Google Home. Hm, Google Home. Wenn du Google Home einrichten möchtest, lad die Google Home App auf dein Smartphone und Tablet herunter. Schön. Das gibt nochmal einen Gummipunkt, weil, der hat uns jetzt gerade Schritt 3 erzählt. Der steht auch hier. Google Home App auf Smartphone oder Tablet herunterladen und öffnen. So, ich habe einfach mal beides vorbereitet. Ein iPad für iOS und ein Android-Smartphone für halt die Android-Version. Und in beiden Playstores einfach mal, also im Google Play Store oder im Apple App Store, einfach nach Google Home suchen. Und dann werden die Apps dann gezeigt, installieren und danach öffnen. Ich öffne es jetzt einfach mal auf dem iPad, weil ich mir denke, das ist größer, da hat es die Kamera ein bisschen leichter. Und das ist... Also ich habe hier noch null vorbereitet. Das ist gerade sehr, sehr, sehr cool. Guckt mal hier. Neues Gerät gefunden. Google Home 358. Sehr gut, das ist jetzt einfach die Ziffer dahinter. Aber ich habe nichts gemacht, App runtergeladen, App gestartet und zack, hat der da Google Home draufgefunden. Das ist ja mal scharf. Auf der Rückseite gibt es jetzt noch, gibt es noch Schritt 4? Nö, gar nicht. Der sagt einfach nur App runterladen. Ich öffne auch nochmal schnell die App auf dem anderem Gerät. Ah, genau, deswegen. Auf dem iPad ist nämlich die Google Home App bereits installiert gewesen, wegen Google WiFi. Auf dem Google Pixel XL Smartphone, da ist die Google Home App noch nicht drauf gewesen. Also, je nachdem, ihr seht hier beide Szenarien, ihr habt die schon mal benutzt, ihr seid schon eingeloggt, dann passiert das hier. Und ansonsten müsst ihr einmal ganz kurz den App AGBs zustimmen. Einmal da durchgehen, den Standort könnt ihr teilen, müsst ihr aber nicht. Ich teile ihn jetzt einfach mal, ich gebe auch Zugriff darauf und jetzt werden neue Geräte gesucht. Und auch hier wird direkt der Google Home gefunden. Das ist natürlich jetzt, ich bin hin und weg. Also, das ist jetzt gerade wieder eine einfache Einrichtungsnummer, gefällt mir. Ich mache aber, wie gesagt, auf dem iPad weiter, in der Hoffnung, dass man da ein bisschen mehr sieht. Drücke auf Einrichten. Google Home gefunden. Ja, möchte ich einrichten. Verbinden zum Google Home wird eingestellt. Ihr seht es bereits, der fängt jetzt ein bisschen an, noch rumzuleuchten. Sehr schön. Jetzt ist er auch schon verbunden. Krass, als nächstes Spiegel, ein Testton. Ach so, weiter und jetzt. Ah, da war der Testton. Hast du den Ton gehört? Ja. Ansonsten kann ich auch nochmal wiederholen. Weil ich gerade geredet habe, mache ich jetzt einfach nochmal auf Wiederholen. Eindeutig, das kommt nicht aus dem Tablet, das kommt aus dem Lautsprecher. Weiter. Jetzt kann ich dem Ding einen anderen Namen geben. Ich nenne ihn natürlich einfach nur Google Home. Wahrscheinlich könnte man jetzt auch sagen, je nachdem, wo das Ding steht. Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad oder wo auch immer. Wobei, beim Bad wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob Google die Dinge IP67, also wasserresistent hat, bauen lassen. Auch noch eine interessante Frage. Auf jeden Fall. Man kann ihn umbenennen. Und dann ist natürlich die Frage, Nutzungsdaten und Absturzberichte mit Google-Teilen, ja oder nein? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Auf der einen Seite hat man sowas dann im Haus und das ist natürlich mit Mikrofonen versehen. Da muss man auch ganz ehrlich Google vertrauen, dass die da mit den erhobenen Daten, Sprachaufzeichnungen und Nutzungsverhalten, den ja keinen Schindluder treiben. Da ist dann so eine Nutzungsstatistik mit Abstürzen wahrscheinlich das eher das geringere Problem, was da an Daten an Google geschickt wird. Wir machen weiter. Und jetzt muss ich den Google Home noch mit einem WLAN verbinden. Da wähle ich dann mein WLAN zu Hause natürlich aus. Ich bestätige mein Passwort. So, endlich. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Insgesamt drei Versuche hat der Google Home gebraucht, um sich mit meinem WLAN zu verbinden. Da dann nicht irritieren lassen, wenn es mal wieder länger dauert. Als nächstes lesen wir dann. Dein Google Assistant. Google Home und Google Assistant sind ein Team. Um Google Assistant zu nutzen, musst du zuerst mit deinem Google Konto verknüpfen. Ja, natürlich. Dann gibt es hier Infos. Google Geschäftspartner. Google Geschäftspartner sind Unternehmen, die gegebenenfalls eine eigentliche Geschäftsbeziehung mit Google haben. Die Kinokarten werden als Beispiel genutzt. Und Dienste und Datenschutz. Na gut. Auf der einen Seite natürlich. So ein Produkt lebt von den Informationen, die es kriegt. Dafür braucht man in Ordnung, das alles zu sammeln. Das ist dann das Google Konto. Und dafür braucht der Zugriff. Und Nummer 2, das ist hier so eine Stelle, da braucht man gar nicht zu diskutieren, weil man kann entweder die Einrichtung jetzt abbrechen und das war es dann. Oder man meldet sich in seinem Google Konto an. Oh Mann. Und das hat jetzt gerade auch nochmal sehr lange gedauert. Der hat nochmal ein Update gezogen und installiert. Dann ist der Google Home neu gestartet. Und das Ganze, also da nicht wundern, wenn ihr das einrichtet. Da braucht man hier oder da ein bisschen Geduld. Als nächstes kommt Kontakte informieren. Wenn andere deinen Google Home nutzen, weise die darauf hin, dass ihre Interaktionen damit in deinem Google Konto gespeichert werden. Du kannst diese Information unter folgendem Link einsehen und löschen. myactivity.google.com Natürlich. Der Google Home kennt ja nur meinen Account. Wenn da jetzt andere Sucheinfragen, Google suchen mitmachen oder sowas. Klar, das wird bei mir hinterlegt. Wir machen jetzt weiter und gucken, was dann bekommt. Persönliche Ergebnisse erhalten. Google Home kann deine personenbezogenen Daten wie Fotos und Einkaufslisten verwenden, um Dinge für dich zu erledigen. Jeder, der sich in Hörweite befindet, kann auf diese Information zugreifen. Natürlich, wenn ich hier sage, lies mir mal eine Einkaufsliste vor oder sowas, dann ist jeder in Hörreichweite. Kriegt das mit. Aber ja, gut, habe ich verstanden. Zulassen. Ja, hätte ich jetzt auch wieder überspringen lassen. Also können diesen Punkt. Uh, eine App-Berechtigungsfrage. Darf die Google Home App auf meinen Standort zugreifen, wenn du die App benutzt? Sag ich jetzt einfach mal erlauben. Für den Standort für Google Home einrichten. So, habe ich jetzt gerade eigentlich erlaubt. Schade, dass die App sich jetzt gerade da ein bisschen dran aufhängt. Und die Erlaubnis nicht weiter reicht. Da jetzt nicht verzagen. Bei iOS muss man dann ja kurz über die Einstellungen gehen. Bedeutet, in die Einstellung, da in den Punkt Datenschutz, da gibt es den Punkt Ortungsdienste. Und da suchen wir uns jetzt hier die Google Home App. Und da steht bei Verwendung. Nie bei Verwendung ist eigentlich freigeschaltet. Bedeutet, die App braucht sich gar nicht anzustellen. Der Standort von Google Home müsste sich jetzt eigentlich jetzt nutzen lassen. Ich habe jetzt leider hier nur den Punkt Überspringen. Schade, dass das nicht kommt. Bist du sicher? Standort hinzufügen. Dann probieren wir es mal über den Schritt. Wäre natürlich eine interessante Sache, wenn sich das nur darüber gehen lässt. Nein, immer noch ausgedraut. Wir machen nochmal Überspringen. Google Home benötigt einen genauen Standort. Ja, ich sage nochmal Standort hinzufügen. Das lässt er mich jetzt gerade bei der Einrichtung nicht machen. Das ist natürlich auch nochmal ein Hindernis. Also, jetzt sage ich natürlich einfach Überspringen. Überspringen es. Nachher versuche ich es später nochmal in der App nochmal von Hand zu erlauben. Sehr interessant. Google Home optional optimal nutzt. Aktuelle Informationen zum neuesten Funktionen, Apps und für Geräte und Google. Achso. Möchte ich ein E-Mail-Newsletter bekommen mit Updates? Naja, das kann jetzt jeder auch wieder selber entscheiden, ob er Post von Google bekommen möchte. Sehr schön. Musikdienste verbinden und Standardeinstellungen auswählen. Google Home funktioniert mit verschiedenen Diensten. Sofern möglich, wird dein Standarddienst zuerst genutzt. Spotify. Premiumkonto erforderlich. Google Play Music kostenlos testen. Ich glaube ja, mit jedem Google Home bekommt man drei Monate Google Play Music kostenlos. Wobei, das ist ja auch ein bisschen witzlos, wenn Google selber immer vier, sogar vier Monate in solchen Aktionen raushaut. Und wir haben als drittes noch dieser. Bedeutet natürlich gleichzeitig auch, wer jetzt hier kommt mit Apple oder Tidal oder irgend sowas. Nö, wird nicht bis Schrägstrich vielleicht auch noch nicht unterstützt. Ich habe sowohl einen Google Play Music Account als auch einen Spotify Account. Ich werde natürlich auch beides ausprobieren. Was ist, wenn man beide Accounts hat? Ich gehe jetzt aber erstmal hin und verknüpfe das Ganze mit meinem Spotify Account. Nachdem ich dann Spotify darüber verbunden habe, dass ich meinen Benutzernamen und Passwort eingegeben habe, kommt jetzt als nächstes für auch Musikdienste bzw. Chromecast Geräte. Das hier sind Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Das sind meine Sony Lautsprecher mit eingebauten Chromecast. Und die beiden Tests sind dann Lautsprechergruppen, Gruppen, die ich in der Google Home App zusammengefügt habe. Also, mein Gerät wird testen. Verknüpfe die folgenden Geräte mit deinem Google Konto. Sind sie ja deine Nutzungserfahrung zu personalisieren? Ja, ich sage jetzt einfach hier verknüpfen. Da passiert jetzt nicht. Fehler bei der Verknüpfung. Einige konnten nicht verknüpft werden. Das ist mir jetzt auch gerade egal. Die Update ist abgeschlossen. So, und jetzt sollten... Hallo, ich bin dein Google Assistant. Geht doch. Ich helfe dir gerne weiter. Ja, bitte. Fahr in der Google Home App fort, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren. Schön. Also, das gibt doch jetzt wieder nette Pluspunkte, dass ich hier jetzt... Gut. An dieser Stelle einmal kurz eure Öhrchen zuhalten, sonst gehen bei euch die Geräte an, wenn ich jetzt den Satz vorlese. Wie weit ist der Mond entfernt? Die Entfernung von Mond zur Erde beträgt 384.400 Kilometer. Und auch sehr schön. Deswegen habe ich hier noch ein Google-Gerät oder ein Android-Gerät daneben, also das Pixel auch noch, mit dem Google Assistant aktiviert und allem drum und dran. Mal gucken, was jetzt passiert. Also, jetzt wissen wir, so starte ich das und Frage kommt. Gut, die habe ich jetzt abgehakt. Was zeigt er mir als nächstes noch an? Was steht heute an? Stopp. So, okay. Das funktioniert auch aus. Vom Nachrichtenanbieter Deutschland fand Nachrichten... Stopp. So, okay. Da hat er mir jetzt einmal Nachrichten angezeigt. Sehr schön aber zu merken, wenn er reagiert jetzt, dass das Android-Smartphone reagiert er jetzt gerade nicht. Also, die scheinen sich schon abzusprechen. Das ist auch bei mir so eine Frage gewesen. Was ist, wenn dann das Smartphone auch in der Nähe von dem Lautsprecher ist? Habe ich dann auf einmal Stereo oder unterhalten die sich irgendwann untereinander? Spielradio 1 Live. 1 Live, das junge Radio des WDR wird bei 5.000 gespielt. So, da hört er es gerade. Spielt er jetzt was? Ja, jetzt kommt was. Nein, ich sage jetzt nicht lauter. Lauter. Oh, doch Stereo. Jetzt reagiert das Smartphone auch mit. Also, das ist ja gerade dann doch witzig. Stopp. Das bezog sich jetzt nur auf das Radio. Und ihr seht hier gerade, ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, eine Lautstärkesteuerung in diesen Touchscreen-Pad, der was oben drauf ist. Und natürlich auch mit der Stimme. Das gefällt mir. Also, das haben wir auch fertig. Okay, jetzt noch die nächste Frage. Machen wir mal lauter. Was kannst du tun? Hier sind einige Vorschläge. Du kannst zum Beispiel sagen, wie ist das Wetter? Oder wie ist die Temperatur? Also, da habe ich es jetzt gerade eben zu früh gefreut. Wenn ihr, also das Smartphone scheint sich noch nicht mit dem Google Lautsprecher abzusprechen, dann geht es wirklich Stereo. Gut, nach drei Kommandos ist unsere Anleitung beendet. Wir wissen jetzt Pi mal Daumen, so einen minimalen Überblick haben wir jetzt bekommen. Das sind jetzt natürlich nur rudimentäre Funktionen. Fragen, Nachrichten bekommen und sowas. So vertiefendes Zeug. Das, was der Google Assistant dann machen müsste, steht hier noch nicht drauf. Also, oder nicht ein Google Assistant, sondern ein digitaler Assistant. Also, Spiel Musik ab, Italien Übersetzung. Das ist ja allgemeines Zeug. Das ist ja total austauschbar. Ob ich das jetzt Siri frage, Alexa frage, Gordana frage oder jetzt Google frage. Hier fehlt jetzt natürlich so Zeug wie, du musst meinen Kalender kennen oder ruf meine Telefonnummer an und alles Mögliche. Ah, guck mal. Die Google Home App meldet sich hier mit der Möglichkeit für die Chromecast. In der App selber habe ich jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, mir Daten anzeigen zu lassen. Was waren so die letzten Sachen, Vorschläge, was man auch machen kann? Neue Quellen auswählen als Nachrichten. Ich habe jetzt hier den Deutschlandfunk, NTV, Giga Tech News, Radio Hamburg oder sowas. Da kann man natürlich noch die Reihenfolge ändern und auch noch neue Nachrichtenquellen hinzufügen. Und dann sollte ich auch die Möglichkeit haben, über die Einstellung, da habe ich dann auch mein Google. So, und da in die Einstellung vom Google Home zu gehen, um da auch noch mal Sachen zu sehen. Verknüpfungen mir anzuzeigen, zu Listen, Einkaufsristen, Nachrichten, Name, Alarm. Das WLAN nochmal zu ändern. Und hatte ich hier nicht sogar auch noch die Möglichkeit, Töne, ja, Nachrichten. Ah, unter den Einstellungen, Google Home auswählen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, die Sprache vom Google Assistant auszuprobieren oder zu ändern. Wer es halt nicht auf Deutsch mag, kann es auch auf Französisch oder auch auf Englisch zu machen. Also, über die Google Home App komme ich an diverse Einstellmöglichkeiten, denn auch nicht alles lässt sich mit der Sprachsteuerung regeln. Der Google Home ist jetzt eingerichtet und ihr merkt es, ne? Der reagiert auch anscheinend auch schon auf Google Home. Ich dachte immer, äh, ne? Nur, äh, der Name. Ähm, machen wir das mal kurz kurz. Entschuldigung, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann. Google Home? Na, Google Home reagiert er doch nicht. Es ist tatsächlich, Entschuldigung, dass bei euch jetzt immer wieder Geräte angehen. Nenn mich Technik-Faultier. Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann, aber ich lerne immer noch dazu. Nenne mich Technik-Faultier. Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann. Stelle einen Wecker auf 18 Uhr. Okay, dein Wecker wurde morgen auf 18 Uhr gestellt. Gut, also, Wecker funktioniert. Stelle einen Timer auf 10 Minuten. Gerne 10 Minuten. Und los geht's. Das läuft. Und jetzt bin ich mal gespannt. Mache für morgen 10 Uhr einen neuen Termin. Entschuldigung, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da helfen kann, aber mein Team hilft mir beim Lernen. Erstelle einen neuen Termin. Ich kann dem Kalender leider noch keine Termine hinzufügen. Da haben wir es nämlich. Das ist nämlich eine von den Funktionen, die anscheinend noch nicht verfügbar ist. Die Integration mit einem eigenen Kalender. Also das ist sowas, gerade wo man ja seine E-Mail, seine Kontakte und seinen Kalender in der Regel, das ist so das Standardprogramm, in einem Google-Account gespeichert hat, scheint das gerade nicht zu klappen. Und viele andere Dienste werden noch nicht unterstützt. Wir hatten es ja auf der Verpackung draufsehen. Spotify, Netflix, Philips Hue und sowas. Die Dienste. Und TuneIn, ja. Aber, das ist auch wieder sowas, Alexa mit den Skills, habe ich mir sagen lassen von Programmierern und Dienstenanbietern, Zeug für Amazon bereitzustellen, ist nochmal eine ganze Ecke einfacher, als Zeug für den Google Home einzustellen. Natürlich ist es auch so eine Sache, das kommt alles noch. Klar, das Ding ist in den USA schon länger erhältlich, aber man hat ja noch Hoffnung, wie sich das Ganze dann noch weiterentwickelt. Google hat aber auch diese, ich meine, IFTTT-Unterstützung. Darüber kann man natürlich Sachen basteln und Googles eigenes IO-Programm läuft ja auch noch. Da sollte es in Zukunft auch noch Zeug geben. Für mich ist natürlich ganz klar, ich fange jetzt gerade erst das Testen mit dem Gerät an. Das sind so die ersten Eindrücke. Einrichtung war jetzt ein bisschen holprig, das schaue ich mir natürlich zur Sicherheit auch nochmal an. Und dann werden natürlich erst die nächsten Tagen und auch Wochen erst zeigen, was kann das Ding. Wie ist die Soundqualität? Wie ist der Vergleich zwischen den digitalen Assistenten und jetzt einfach mal von diesen Lautsprechern? Wieso bist du denn? Ja, ja, da ist jetzt eins live angegangen, weil ich da einmal draufgepappt habe. Was liefert natürlich auch die beste Soundqualität? Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!